Aber NoDuck, die Kanone, die wollte ich schon immer Crafting mal ausprobieren. Aber ich freue mich, dass ihr gerade alle guckt. Nein, weil die Kanone ist echt krass. Ich weiß, ich kenne die. Okay. Hat jemand Wasser? Ja. Das ist dein normaler Heiko. Okay, Heiko. Dann würde ich sagen, sind die Chucks geladen? Digga, übertreib, hä? Ja, Bro, die Cam ist in der Mitte. Ich will ja sehen, wie die vorbeifliegen, die Dinger. So, okay. So, Heiko. Tu mir das nicht an. Ich tue dir das jetzt an. Ich schieße in drei... Zwei... Eins...